Herzlich willkommen zu einem neuen phänomenalen Projektjahr und zwar spielen wir zu viert, alle vier, Minecraft, ja, genau, Minecraft Season 1, wir haben die Season gestartet damit und ja, ihr könnt euch auf eine geile Zeit freuen mit der Season 1, denn die wird bestimmt lustig. Er hat schon an Gewolzen zu fällen, aber lass doch Lukas machen, er nimmt doch auf. Und du hast angefangen zu cheaten. Ja, am Arsch muss er das machen, ey. Ja, es ist ja jetzt Anfang, da kann man auch mal Tag machen, so. Also ich bin dafür, wir gehen da geradeaus. Hier ist Wald, hier sind Bäume. Ja, Magnus macht sich erstmal spitzhacken, genau. Ne, also das ist der Magnus, das ist da im Weihnachtskostüm, das hässliche, dieser hässliche Skin da, das ist der Jens, der Senfbaum. Und der Siliarus, da mit diesem komischen anderen Skin da, mit dem lila, pinken Skin, das ist der Peter. Damit man auch weiß, wenn wir uns, ja, wenn wir miteinander reden, dass wir, dass wir, also wen wir meinen. So. Ich habe noch gar keinen Plan, das ist total die spontane Aufnahme, also was wir jetzt machen. Ich würde sagen, einfach einen Ort suchen und dann da was bauen. Ja, und ein gemeinsames Haus bin ich für, ne? Ein gemeinsames Haus? Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, krieg ich einen extra immer. Und ihr alle schlaft zusammen und habt viel Spaß. Mal sehen, ob, ja, gemeinsam das Haus machen, ja. Es muss aber geil aussehen, so ein richtig geiles Villa-Haus. Vielleicht aber alle reden durcheinander. Ja, das ist doch mega professionell. Professionell. Profesionalität. So, erstmal alles abholzen, bis hier nichts mehr wächst. Achievement get, time to mind. Ja, ich habe mir neue Instanzen in Multi-MC gemacht und so. Ja, er hat einfach sein Minecraft neu aufgesetzt, sozusagen. Ja, ich habe ein spezielles Programm, das können wir auch nochmal in die Beschreibung verlinken. Damit kann man sich ganz einfach viele Minecraft Instanzen machen. Ne, machen wir nicht. Das kannst du in deinem Mod Spotlight vorstellen. Spotlight, also nächste Woche ist ein schöner Mittwoch, da. Da kommt dann. Ich muss nochmal meine Video-Settings machen, die ich noch gar nicht eingestellt habe. Nein, ich will kein Multi-Core-Junk-Loading. Ich habe nur einen 201 GHz, einen Single-Core-Prozessor. Jetzt wisst du auch, was Peter für einen Billig-PC hat. Ja, schon eins heißt. Aber ich bin dafür, wir bauen jetzt mal unser Haus hier langsam. Wohin? Ja, aber einen geilen Ort, würde ich erstmal sagen. Warte, ich baue noch gerade einen Baum ab. Der muss noch gefällt werden. So. Und ich hole gerade nochmal ein bisschen Stein. Also wüsstest du mal ganz... Wo seid ihr alle? Ja, wüsstest, kack... Ich hole noch ein bisschen Stein. Geradeaus weitergelaufen. Hier Honks, Homosch. Da ist Wüste, da ist schlecht. Wir lassen mal hier gucken. Ah, Apfel! Wüste, Apfel und Erde. Und natürlich Holz. Hier oben auf dem Hügel ist bestimmt das Phänomenale. Voll Phänomenal. Hier sind Schafe. Können wir schon mal abschlachten. Wer hat ein Schwert? Ich hab noch kein Schwert, aber ich kann jetzt eins machen. Ich hab Steine. Ich seh nur, Magnus. Wo seid ihr? Die sind irgendwo hier hinten. Warte. Koordinate ist... Äh... Y... Ne, Y braucht ihr ja nicht. Minus 153 und Z332. Ich seh auch, ich seh auch, ich seh auch eure Namen. Ja, ist doch gut. Also jetzt, was... Ich sag mir jetzt schon mal genug Wolle für meine... Minus, was, wie viel? Peter, sagst du... Äh, Jens, sagst du ihm. Ich muss noch irgendwo ein Schaf sein. Ich hab nur zwei Wolle. Ich kann mir kein ganzes Bett machen. Da, ich seh jetzt. Da unten sind auch Schafe. Ja, ich fall auf, ne? Ich leuchte schön. Wie wär's denn, wenn wir das da oben für einen Hügel bauen? Oder hier? Nee, nicht im Wald. Ich würde auf ne... Auf ne, äh... Grasfläche machen. Wo wir schön viel Platz haben. Wir sollten auch erst noch mal ein paar Scheine oder so... Äh, äh... Ich lass nur für den Anfang... Da hinten ist doch ganz viel Weiß. Also hinten... Ja, ich würde mal ein paar Hügel... Also ich hab... Wir gehen mal über den Berg, würde ich sagen. Welchen Berg? Da, wo der rote Weihnachtskont läuft. Komm, Peter. Ja, ich komm doch schnell. Ich hab mir nur mein Schwert fertig gemacht. Deine kann man später sammeln. Ich hab erst mal Holz. Holz ist important. Oh Gott, ich lauf so langsam. Ich bin so Mops gewöhnt. Wir können uns ja später da einen Speedtrank und wo machen. Oh ja. Und ich... What the fuck? Hier liegt die Welt nicht bei mir. Dumm. Ja, dein Problem. Ja, dein Problem. Die Aufnahme, es darf nicht sein Problem sein. Oh, da sind noch Schafe. Meine Schafe. Da unten sind Kürbisse. Wo ist mein Freundes Schaf? Auf jeden Fall mitnehmen. Ja, da müssen wir dann da hingehen. Ey, das ist voll cool hier. Wir können doch hier irgendwie so zwischen so einer Feldspalte unser Haus bauen. So professionell, dass wir keine Schimpfwörter benutzen. Wieso? Ritze? Ritze ist doch kein Schimpfwort. Oh, noch mehr Schafe da hinten. Wir sind doch jung. Wir sind doch jung. Wir sind doch jung. Wir sind doch jung. Hier können wir unser Haus doch reinpflanzen. Guck mal. So, wie, das Klo ist da bei Gronkh, oder was? Hä? Oh, Kühe. Das ist das Klo. Nein, hier ist so eine Brücke rüber und da drauf was Holz. Oh, scheiße. Ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Was ist das? Peter, du musst mal professionell hier runtergehen. Aua. Das war kein Richtige. Ich habe nur ein halbes Herzschaden bekommen, also. Professionell. Professionell. So ist professionell. Aua, ich habe nur noch zwei Herzen. Ich brauche Essen. Schafe. Ja, ich will auch essen. Deswegen will ich ja an die Kühe da, die ich gesehen habe. Ja, ich brauche als erster Essen. Ihr habt noch alle Herzen. Ich nicht. Ich habe nur noch zweieinhalb Herzen und mir fehlen dreieinhalb Kuchen. Alter, wie viele Schafe hier sind. Und Kühe. Ja, ich habe es schon gehört. Ja, hier, da, da, da waren die, die ich auch wollte. Hey, ich habe ein Steinschwert. Ich bin viel besser als du. Au. Hallo? Da bin ich gedötet. Mein Fleisch. Nein. Ich will auch... Dschungel. Noch mehr Schafe. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ey, keine Werbung für andere. Ja, klar. Ich habe schon mal Zuckerrohr. Oder Bambus. Oder was auch immer es ist. Vergiftet. Zuckerrohr ist es. Zuckerrohr. Und das für die Wolle. Ich will jetzt etwa an die Wolle, oder? An deine Wolle? Ich will an der Wolle, Peter. Ja, an die Wolle da unten. Damit hast du gerade bestätigt, dass du Wolle hast, Peter. Also... Peter ist aus dem Scham. Ich will keine Scham haben. Peter ist... Alter, Lukas, ist das nicht so ein bisschen hart Homo? Nur Jungs, keine Frauen? Ja, Peter ist doch die Frau. Mann. No, Mann. Hier, noch Peter. Ja, Homo heißt Mensch. Also... Ja, ist okay. Ja, ich weiß schon mal, wer hart Homo... Kommt alle zu mir! Ich hatte gerade Kürbis. Da, wo ich bin. Koordinaten... 20, 11, 17. Da sind Kürbisse! Ich brauche die Kürbisse. Kann es sein, dass wir gerade schon wieder Richtung Spawn laufen? Nö. So, wo seid ihr jetzt? Ja. Ja, hier, jetzt. Seht ihr nicht die roten Weihnachtsman? Welche Koordinaten seid ihr? Moment. Irgendwo in der Wildnis. Minus X fast 0. Also X praktisch 0 und Z praktisch 100. Na, da muss ich mal ein bisschen laufen. Ey, das sieht geil aus hier. Hier können wir reinbauen. Ja, aber das ist ekliges Gras. Ihhh, ekliges Gras. Ja. Schimmel, Gras, Schimmel, Gras, Schimmel. Aber guck doch mal hier. Das ist voll, voll cool hier so reingebaut. Oh, Bambus. Ich hab schon Bambus, du brauchst keinen Bambus. Ich will aber trotzdem Bambus, hier ist nämlich ganz viel. Ticken, 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 Aua! Wenn du mich noch zweimal schlägst oder dreimal, dann bin ich tot. Ja, wenn du mich noch zweimal schlägst, dann bin ich auch tot. Hör auf. Starbucks. Was, Starbucks? Was, Starbucks? Starbucks, verstanden. Ich hab gesagt, ich habe Angst. So. Kommt jetzt endlich mal. Wo seid ihr denn? Ja, Peter, und es wäre hilfreich, wenn du ein bisschen lauter reden würdest. Ja, ja, dann rede ich. Wie laut. Aber scheiße, es wird dunkel. Ich hab alles. Ja, Lukas, jetzt brauchen wir hier eine Hütte für uns zwei. Nein, ich kann nicht sehen, sowas. Wäre jetzt praktisch gewesen, wenn wir ein NPC-Dorf gefunden hätten, aber... Naja, warte mal, ich hab ja Holz dabei. Weißt du, wir waren hier eine Gemeinde, wie soll ich hier nicht kommen? Fuck, jetzt kriege ich auch noch Schaden. Ganz alleine. Nö, ich bin bei ihr, ich seh euch, ich seh euch. Ich baue schon. Ich baue doch schon. Hey, was machst du da? Ich gucke mal, ich habe schon mehr Steine gesetzt, das heißt, ich habe eher angefangen. Stein und das ist Holz. Ich habe schon erst angefangen. Das coolere Haus. Weiß ich, ich habe kein Holz mehr, bauen wir weiter. Und gib mir mal drei Holz, äh. Gib mir mal drei Holz, dass ich irgendwas baue und das mir ein Bett machen kann. Alter, das die Hütte ist. Ja, wir müssen schnell schlafen gehen, bevor wir, äh, hier in die Monster kommen. Sind überhaupt Monster an, Peter? Ja, witzig. Die Monster sind nicht an, oder was? Nee, jetzt mal pennen, Junge. Was, Peter? Die Monster sind nicht an. Was? Die Monster sind nicht an. Doch, da hinten sind ganz... Peter, gib mal Holz, damit die reinlaufen. Junge, das ist scheißegal. Wo seid ihr denn? Wer war das nicht früher? Das ist egal, seit ein paar Versionen. Ja. Ja, seit ein paar Nosenversionen. Cool, Holz. Einen durch die Tür. Ey, wer bist du? Ich seh ja euch. Magnus bleibt draußen. Hol dir einen nicht mehr aus dem Bett. Ey, ich liege auf dem Boden, Junge. Natürlich hol dir einen aus dem Bett. Ja, also, ich komme. Wie ist es da nicht so offen? Ja, es gibt noch gar keine Tür. So, zack. Jetzt bleiben. Wir hätten wenigstens irgendwas zumachen bei uns. Wer kommt denn da rein? Ich glaube, wir werden alle sterben hier drinnen. Gleich kommt ein Creeper. Ha 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 ha! Ha ha ha! Oh fuck, da hinten ist ein Creeper. Hey! Hallo, Creeper! Ey, das ist ja mal ne Massen... Peter, du kannst nicht gegen Creeper kämpfen. Lass das mal. Lieber. Was? Ja, genau. Genau, Peter. Ich hab's genau beobachtet, Mensch. So, wollen wir das Haus hinbauen? Also, richtig hinbauen. Ja, ne kahle Landschaft, wie gesagt. Ja, ich brauche erst mal einen Ofen. Hier steht einer. Denk dich mal dran, Jens. Ey, wo ist mein Bett? Denk dich mal dran! Ist es meins! Oh, danke! Alter, nein, das ist meins. Kannst die Kohle, oder kannst du dich zurückhaben? Bau dir einen eigenen Ofen! Alter, das ist meins! Ja, bau dir einen eigenen Ofen. Das ist meins!